Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich weiß, wir hatten jetzt drei Tage lang nichts. Zwar liegt das daran, dass ich jetzt, ich habe ja zu Weihnachten eine Ameisenfarbe bekommen von meiner Freundin, also von Reggie. Und da fehlten allerdings die Ameisen. Das heißt, es ist ein Starter-Kit gewesen und die schicken halt die Ameisen mit dazu. Haben sie aber vergessen. Also kam sie am Wochenende an. Deswegen hatte ich das eigentlich extra in den Urlaub gepackt. Aber gut. Jedenfalls Ameisen brauchen ja immer ein bisschen Ruhe, weil so eine Königin, die gerade frisch irgendwo hingesetzt wird, die ist ein bisschen sensibel. Und die kann jederzeit quasi sterben. Und deswegen habe ich ihr da jetzt ein paar Tage Ruhe gegeben, sodass ich ihr wirklich nichts gemacht habe. Und mir ist wirklich wichtig, dass die Königin überlebt. Und deswegen habe ich jetzt ein paar Tage lang nichts gemacht. Ach, guck mal. Hallo Mine. Aber ich habe eigentlich was anderes gesucht. Na ja, soviel dazu. Jetzt bin ich wieder da. Jetzt, äh, also sie, die Königin ist noch nicht im Bau. Sie ist immer noch im kleinen Reagenzglas. Ähm. Ich hoffe, sie wird die Tage mal umziehen. Weil momentan habe ich halt noch einen Sichtschutz für sie drinne. Und, äh, dadurch sehe ich halt weniger. Die würde ich gerne rausnehmen. Ich höre es, aber ich weiß nicht, wo es ist. Hier oben scheint es nicht zu sein, oder? Ah, Klebeband. Hier oben höre ich nichts. Das muss hier unten irgendwo sein. Ah. So. Ich habe gelesen, äh, in einem Ladescreen, dass diese Dinger auch nicht für immer halten. Und da steht da wirklich nicht drinne, wie lange die halten. Ich weiß nicht, ob der Ladescreen gelogen hat, oder... Ich weiß es nicht. 50% Chance auf doppelte Ausbeute durch Pflanzen. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und rein theoretisch müsste es doch hier jetzt irgendwo verzeichnet sein. Was war das? Was zum... Ah! Okay, ich werde unsichtbar. War es vielleicht das? Alter, war doch irgendein Geräusch. Hier geht's gut. 30 Minuten. Wieso steht das denn nirgendwo? Wieso muss man das zufällig irgendwo in einem Ladescreen sehen, dass das Ding nicht ewig hält? Ich habe so viele Bücher schon eingesetzt. Warum? Apropos. Wir wollten doch meinen... Meine Powerrüstung suchen. Hier kann doch jetzt nicht... Wir waren doch ganz woanders. Der Scheiße, Mann. Kann ich dich auf meiner Karte sehen? Ich glaube, wir waren hier, ne? Da müsste ich irgendwo meine Powerrüstung abgelegt haben. Das war irgendwo zwischen... Irgendwelchen Gebäuden, ne? Aber jetzt mal ganz ernsthaft, Leute. Was war das gerade eben? Da kam ein Geräusch. Es wurde plötzlich orange und dann war alles weg. Es war hier in der Nähe, definitiv. Gut, ich muss mal kurz die Orientierung fassen. Ich nehme die erstmal weg. Das brauchst du ja nicht mehr, ne? Danke. Oh, das nehme ich dir auch weg. Äh... Mir wurde auch gesagt, dass ich Behälter mit der... Bauplan... Fallenstellerarmee... mit der dritten Taste nochmal öffnen kann. Aber ich habe nur zwei. Ich habe nur Nehmen und Transfer. Also, ich gucke mir den Kommentar nochmal an. Das war nämlich sehr interessant. Äh... Viel zu viele Fenster offen. Alter... Ich hoffe, jetzt werde ich nicht gleich umgebracht von diesen komischen Dingen. So, hier steht... Äh... Was? Amk? Irgendwas? Okay. Äh... Hi Zero! Du kannst Behälter für Shams noch zusätzlich durchsuchen. Sprich, du nimmst die Sachen raus und drückst dann die Taste, die dir als drittes unten rechts angezeigt wird. Behälter für Shams. Also... Da wird... Meins tue ich wahrscheinlich Verbandskästen und so ein Kram, oder? Hm. So. Achso. Bist du bei der Powerrüstung? Ich glaube, das ist meine Powerrüstung. Lass mich doch kurz hier wenigstens reingehen. Warum steht die da jetzt? Oh Gott. Ich nehme gar keinen Schaden. Bin dann mal weg. Ich hoffe, das war jetzt meine Powerrüstung. Aber war da nicht noch ein Fusionskern drin, ne? Okay, meine Powerrüstung... Hab ich da hinten abgelegt. Hab ich jetzt noch eine zweite? Ist das... Es könnte dieselbe sein. Die wir das letzte Mal schon gefunden haben. Nur, dass wir sie jetzt noch einmal gefunden haben. So, wir waren ja da hinten irgendwo. Irgendwo war da hinten ja der Auftrag. Irgendwo hier um den Dreh. Bin hier lang gegangen. Und da war irgendwo so eine Bastelwerkstatt. Irgendwo zwischen anderen Sachen. Ich glaube, ich war mehr in dieser Richtung. Da oben muss das gewesen sein. Ach, da... Ach, hier war ich ja grad drinnen. Also bin ich doch richtig gespawnt. Ich bin richtig gespawnt. Okay. Nur, dass hier wenig Gegner drinnen sind. Dann sind wir da reingegangen. Und da habe ich meine Powerrüstung ausgezogen. Und sie wurde dann hierher teleportiert. Genau. Bin ja hier reingegangen. Ei. Ei, du hältst deine Waffe nicht mehr richtig. Wie kannst du auf mich schießen? Was ist das für eine Waffe? Das ist eine Schruppflinte. Ach, die war nicht geladen. So, hier habe ich meine Powerrüstung ausgezogen. Und dann stand sie plötzlich hier auf dieser Straße. Und sie ist weg. Geile Nummer. Geil. Darf ich die Powerrüstung nie wieder ausziehen? Kein Whisky. Carl, du weißt nicht zufällig, warum das Fass Whisky für das ich bezahlt hätte. Achso, das kennen wir schon. Ah gut, dann ziehen wir sie halt nicht mehr aus. Dann bleiben wir jetzt drinnen. Obwohl, dann kann ich mich ja nicht umziehen, ne? Da war ja was. Ich habe ein bisschen Angst, aus dieser Powerrüstung auszusteigen. Ich will sie nicht nochmal verlieren. Leute mit Erfahrung bei diesem Spiel. Wie läuft das hier mit der Powerrüstung? Darf ich sie ausziehen oder verschwindet sie dann auf dem Server? Das heißt, ich ziehe mich aus, locke mich aus. Bleibt sie dann da stehen oder gehört sie jetzt mir? Oder ist jetzt meine Powerrüstung vielleicht bei mir zu Hause? Alles nicht so ganz klar. Ich schließe Rose Quest aber, aha, tolle Taktiken, teste den Sprengköder mit einer Kreatur. Okay, aber das kriegen wir hin, ne? Das ist ja gar kein Problem. Ähm... Das ist der Sprengkörper. Ja. Okay, jetzt brauchen wir nur eine Kreatur. Irgendwas Kreaturenmäßiges. Du bist ein Supermutter und keine Kreatur, ne? Ich mache so absolut gar keinen Schaden. Ist ja nahezu traurig. Vor allem ist der auch wahrscheinlich nicht alleine. Ah, guck mal, da. Er schießt mal mit drauf, Leute. Könnte ich gut gebrauchen. Jetzt was von allen Seiten geschossen. Okay, das sind noch mehr Superbutanten. Aber ich schieße lieber auf den Superbutanten, weil der, glaube ich, ein bisschen tankiger ist. Ja. Ah, was habe ich eigentlich noch für Waffen? Ach, die Waffen stimmt. Da habe ich mir ja extra Munition hergestellt. Oh, gut. Da ich dich sehen kann, schieße ich auf dich. Du bist der Meister. Ich glaube schon, Hedy! Okay, die Kreaturen fallen langsam. Aber ich hätte sie anschießen sollen, für die Erfahrung, ne? Die schieße ich mal an. Das heißt, der rein theoretisch... Oh Gott, da sind eben noch mehr, ey. Die war fast cool. Da, Erfahrung, ja! Lass dich hinten, danke. Mehr wollte ich gar nicht. Ach, der schießt immer noch auf mich. Ich sehe den Typen nicht mal, weißt du? Aber der kann auch mich schießen. Nicht mal sind Spiele unfair. Okay, ich brauche mal kurz... ...Moddy. Ja, toll. Surprise! Oh nein, sie ist am Busch hängen geblieben, oder? Nein. Alles gut. Ja gut, das hat so gut wie gar nicht geholfen. Ich bin fast tot. Cool. Wir müssen halt auch demnächst nach Hause, um mehr Kerne zu holen. Und ich werde diese Rüstung nämlich nicht mehr ablegen. Wir werden es nicht so bald. Wieso hattest du einen Brustkorb dabei? Und wer schießt da noch auf mich? Wieso lebst du überhaupt noch ganz gut? Oh Gott. Ich komme mal zu dir, ne? Äh. Na, jetzt muss ich auch noch nachladen. Ich werde von allen Seiten angeschossen. Es ist übrigens nicht die beste Takt gekommen. Auto. Okay. Ich glaube, das hat mir ein bisschen mehr Schaden zugefügt als, äh, dir. Ich habe nur überhaupt keine Stims mehr. Oh, also. Ich habe noch elf Munition. Oh Gott. Aber wieso ein Schuss? Achso, das ist die falsche Waffe. Oh mein Gott. Oh. Nein. Ich bin bitte nicht töten. Ich bin so unschuldig. Ich habe die falsche Waffe ausgerüstet. Ich habe 20 Stims. WTF? Ich habe doch gerade schon draufgedrückt. Es hat nicht funktioniert. Na, du hast doch nicht geschossen. Penner. So. Ich bin wieder da, mein Freund. Stehst du beim nächsten Auto? Das wäre echt. So. Schön hier hinter. Und dann. Zack. So ganz blig. Spielen wir das Bäumchenspiel. Okay. Ich habe wirklich nicht mehr viel Munition. Nicht, ob er fehlt. Wieso hörte sich das an, als wäre eine Power-Rustung runtergefallen? Okay. Wir brauchen also eine Kreatur. Ich würde sagen, wir machen das mit der Kreatur. Wenn wir dann eine sehen. Und dann. Fliegen wir kurz nach Hause. Oh, hi. Hier. Schnappt sie euch. Hallo? Hey. Guckt euch mal das leckere Essen da an. Leute? Ich bin ja wohl nicht schmackhafter als das Ding, oder? Wieso, wir sind die hin? Kann ich das Ding wie aufsammeln? Ich weiß es nicht. Hoch auf brutale Effizienz. Ich schätze, die Fallensteller hatten kein Problem damit, Splitter aus ihrer Beute zu holen. So grausam die Fallensteller auch waren, die Knallharten waren das genaue Gegenteil. Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Wir nannten sie scherzhaft so, weil sie sich standhaft geweigert haben, ihre Würde aufzugeben. Und nicht ohne Anlass im Feld fertig werden konnten. Ha. Was sie wissen. Ich weiß nicht viel über ihre speziellen Taktiken. Hatten sie überhaupt welche? Keine Ahnung. Vielleicht eine Todeskralle zu finden und sich mit ihr anzufreunden oder so. Okay. Ich finde es schön, dass die Quest beendet war, bevor sie beendet war. Oh, ich muss mich erstmal mit den Wülfen hier anlegen. So, das zu dir. Du hast wahrscheinlich eh ab. Die Ecke ist da noch interessant. Dieses Geräusch, es ist wieder da. Okay. Okay, wir haben den Ursprung des... Das Geräusch ist gefunden. Was zerlässt das? Silo Bravo Code Abschnitt R9. Das hat irgendwas mit dem Verti-Werts zu tun. Und das Geräusch ist auch weg. Schmutziges Wasser. Oh, sammeln. Ich sammel gerne schmutziges Wasser. Ja, ich bin überladen. Auf schmutzigem Wasser. Ist mir egal. Ich muss alles mitnehmen, was geht. Hab ich so viele Behälter, dass ich das sammeln kann? Oder kann ich das unendlich sammeln? Oh, was ist das? Lauf doch. Ich kann nicht laufen. Oh, ich bin überladen. Ich... Ich wollte... Nein. Ich wollte hier nicht herkommen. Nein. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Bleib genau da stehen. Nein. Eine Alphatoleskralle. Oh, Amish Tuf Tuf kommt nicht zu mir. Schmeißt du gerade mit Stein nach mir? Ich muss sagen, ich habe gerade richtig schwitzige Hände bekommen. Das war wirklich schlechtes Timing mit dem Überladen sein und dem Wasser. Hau ab! Geh zum Auto da. Dann kannst du explodieren, wenn du willst. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Truck hier entdeckt habe. Oh Gott. Oh Gott. Er kommt. Oh Gott. Nicht hochkommen. Ach, jetzt läufst du weg, oder was? Was habe ich noch für Waffen? Ich muss meine Waffe wechseln. Halt. Moorschatzkarte. Oh nein. Aber das sagt mir jetzt gar nichts. Okay, wir wissen Bescheid. Alter. Hopewell Cave. Okay. Kein nettes Cave. Rezept gebratene Hirschhaut. Ah, ein bisschen Salzpfeffer für die Poduskralle. Und wir machen das Radio aus. Dankeschön. Im Laufe meiner Untersuchung der Höhle in Hopewell hat mich die atypische Natur dieser Begräbnisstätte der Erdiener beeindruckt. In der Erdiener Kultur wurden die Toten in großen Grabhügeln und ähnlich geformten Erdbauten begraben. Aufgrund ihrer primitiven Werkzeuge aus den Jahren 1000 bis 200 vor Christus finden sich bei ihnen noch keine Steinreliefs. Archäologen, die diese Schädelhöhle untersuchten, fanden jedoch Überreste und Artefakte der Erdiener Kultur. Ist es möglich, dass die Überreste der Erdiener erst an diesen Ort gebracht wurden, als ihre Gesellschaft aufgehört hatte zu existieren? Dass eine Kultur die andere mit solcher Wertschätzung behandelt, wäre höchst ungewöhnlich. Ich werde mit meiner Forschung fortfahren. Hoffentlich gelange ich zu neuen Erkenntnissen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich dieses Todeskrallen-Ei vorher gefunden hätte. Er hätte mir einiges erleichtert. Spiel. Spiel ist mir im Hintergrund geraten. Warum auch immer. Stell dir vor, das wäre während des Kampfes wieder Todeskalle passiert. Zack. Spiel im Hintergrund. Ich bin sehr froh, dass ich da heil rausgekommen bin. Okay, wir wiegen höchstwahrscheinlich zu viel. Was machen wir jetzt? Wir gucken zuerst, wie viel. Bleib da, wo du bist. Okay, äh, wir wiegen 80 zu viel. 80? Was habe ich denn mitgenommen? Bleib, wo du bist, Typ. Bitte. Ah, den hier? Ah, der wegt ja nicht so viel, oder? Boah, 19. 20 quasi. Und natürlich... Schöne Sniper. Aber ab 35. Lass mich bitte in Ruhe. Ich habe gerade schon einen Todeskrallen-Kampf hinter mir. Das war schon ein bisschen zu viel für meine Nerven. Okay, wir wissen ja, wo eine Bastelwerkstatt ist. Wir gehen da jetzt mal kurz zurück. Und werden unsere Sachen auseinandernehmen. Vor wir dann nach Hause gehen. So, der verfolgt mich doch, oder? Oh, bitte nicht. Ich bin doch noch zu schwach. Ich glaube, der ist wegen mir hier. Ich bin der Einzige hier. Der andere ist der da. Wir bleiben einfach cool. Und gehen zurück. Ich wünsche dir bitte, wir könnten noch zu Hause eine Bastelwerkstatt bauen. Das ist eines der wichtigsten Sachen. Munition herstellen. Und dann geht langsam der Ressourcen-Krieg los. Weil ich merke es immer wieder, dass es hier dann früher oder später einfach nur um Ressourcen geht. Dass du... Dass der Sinn und Zweck, andere Spieler anzugreifen, ist, deren Ressourcen zu nehmen. Und damit deine Munition aufzustocken. Und das soll halt einfach der Grund sein, warum man sich dann später bekriegt. Ressourcen. Ist nicht der 1a-Grund, jemanden abzuschlachten? Ey, du hattest eine Golduhr. Ich will deine Golduhr, Junge. Und dann knallst du ihn ab. Und dann freust du dich. War niemand hier. Was hat die mit den Leuchten, denn die vorher hier waren? Waren die nur wegen mir hier? Was ist das? Wie eine Mutter wäre. Okay, wir haben einen Brustkorb. Okay, so. Erstmal gesamten Schrott. Zack. Verlieren wir schon mal wie viel Gewicht? Ja, gar nichts. So habe ich mir das vorgestellt. Irgendwie. Das ist auch nicht viel Gewicht. Ja, Gewicht 12. Ist alles ab Stufe 50. Ja, nicht alles. Warum habe ich jetzt meine ganze Kleidung abgelegt, ne? Das heißt, wenn ich eine Powerrüstung trage, darf ich nichts anderes tragen. Weswegen mir auch die Taschen fehlen. Und deswegen fehlt uns das Gewicht. Ich verstehe. Wie lösen wir jetzt das Problem? Wir müssen ja irgendwie... Ich meine, der Granatwerfer ist sowieso für den Arsch. Den Probewehr kann auch weg. Den Millimeter würde ich ehrlich gesagt behalten. 35. Auf welchem Level sind wir jetzt? Wir sind jetzt... 19. Wir sind noch ein bisschen weit entfernt. Also ein Stück. Nee, nicht weit. Nee, wirklich nicht weit. Okay, wir könnten uns theoretisch... ...ein Baffhaut reinziehen. Zwei Stärke. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich würde gerne mehr tragen können. Ich meine, was zur Hölle wiegt denn hier jetzt so viel, dass ich da ja nichts tragen kann. Oh, ich... ...habe meine Powerrüstung dabei. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Äh, Hilfsmittel. Wir müssen was essen. Und was trinken. Ich hoffe, dass, äh... ...die Stärke der Beppertort mal ein bisschen hält. Ah, wir haben auch nichts zu essen hier, ne? Vielleicht bin ich krank geworden. Perfekt. So, wir haben jetzt genug Essen und alles. Wie viel können wir jetzt tragen? Äh, immer noch viel. Klar, gleich viel. Ey, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier lösen soll. Also, ja. Ich habe natürlich jetzt ein paar Rüstungen dabei. Das heißt, rein theoretisch kann ich aus dieser aussteigen. Ja, ich wollte was steigen. So, wir nehmen den Fusionskern mit. Ach, sammeln. Oh. Oh. Ah. Man nimmt also seine Powerrüstung einfach mit. Das heißt, wir haben jetzt zwei Powerrüstungen am Start, ne? Dann werfen wir die mal weg. Okay. Nehmen halt nur den... ...nur das Fusionskern-Ding jetzt mit. Und lassen den hier liegen. Anschließend ziehen wir unsere Kleidung an, die wir schon anhaben. Okay, mit der Powerrüstung kann ich mehr tragen. Gut. Das Problem ist also noch nicht gelöst. Äh. Ja. Und eine Lösung. Kann natürlich auch zu Fuß hinlaufen. Was wiegt denn bei mir so viel? Okay. Äh. Eine Lösung wäre es... ...bis dahin zu laufen. Wart weg. Okay. Also, ich... Okay. Wir müssen hier ein bisschen an Gewicht loswerden. Ähm. Wir haben wahrscheinlich eine Milliarde Wasser dabei, ne? Ja. Haben wir das Problem auch schon gelöst. Okay. Äh. Wir steigen in diese Powerrüstung ein. Ich meine, da haben wir ja zwei Stück. Zack. Ich hoffe, die fünf Minuten sind noch nicht um. Ja, wird knapp. Versuchen wir zehn Minuten lang schon eine Lösung zu finden. Okay. Okay, dann... Dann ziehen wir uns halt noch einen Buffout rein. Oh. Der hat noch gewirkt. Okay. Sehr. Ganz verwirrt. Und dann reisen wir nach Hause. So. Problem gelöst. Und dann lassen wir die Powerrüstung da stehen zu Hause und hoffen, dass sie da bleibt. Aber wahrscheinlich brauchen wir ein Powerrüstungs... ...Gestell dafür, ne? Dass sie da bleibt, wo sie ist. Ich bezweifle, dass sie nämlich am nächsten Tag noch da sein wird. Aber wir haben ja noch unsere andere im Inventar. Die behalten wir dann auch erstmal im Inventar. Bis wir dann so eine Powerrüstungsstation haben. Und dann gucken wir mal. Ja, und damit würde ich sagen, äh... Wir lassen die Powerrüstung erstmal so an. Und dann suchen wir morgen eine Lösung dafür, wie wir sie behalten können. Also muss nicht sein, also... Ich werde den Fusionskern höchstwahrscheinlich rausholen. Und dann gebe ich einen Scheiß drauf, weil ich habe ja meine Chases dabei. Na, gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zu Hause wieder. Nähere dich einer Todeskralle und freunde dich mit ihr an. Wie? Wieso? Warte, warte, warte. Bevor wir die Folge beenden, was? Und wie? Was soll da hinten sein, Typ? Warum? Warum soll ich mich... Ich... Was? Ökologisches Gleichgewicht, tolle Taktiken. Wo ist denn diese tolle Taktiken? Laut Rose waren die Knallharten nicht so aggressiv wie die anderen Raider. Sie möchte, dass ich mich mit einer Todeskralle anfreunde. Das klingt zwar verrückt, aber es könnte vielleicht funktionieren. Näher dich. Okay, gut. Das war Zufall, dass wir gerade eine gesehen haben. Aber ich wusste nicht, dass wir uns mit der anfreunden sollen. Irgendwas schießt auf mich. So, ich weiß, wir wollten die Folge beenden, aber die müssen jetzt mal weg. Na, Challenge abgeschlossen. Nice. Gut. Wie viele... 1300, okay. Uns fehlt noch ein bisschen was. Wieso ist Ehrengardt bei mir als Freund drin? Egal. Gut, Freunde. Jetzt aber wirklich. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Meine Hütte sieht auch noch voll intakt aus. Außer, dass drauf geschossen wurde. Ah. Hallo. Tschau. Bis zum nächsten Mal.